Achtung, dieses Video bestellt aus reinem Sarkasmus und es ist nichts ernst zu nehmen. Wir möchten nicht die Marke Krombacher beleidigen und dies ist nur eine Parodie. Danke. Krombacher, der Dünnschiss der Natur. Schön frisch aus dem Backofen geschissen. Die perfekt ausgesuchten Zutaten, wie vergammelten Hopfen. Frisch gepissten Wein und ausgekotzten Hamsterzähnen. Krombacher, der Dünnschiss der Natur. Natürlich haben auch wir ein paar Passanten zu Krombacher gefragt, was sie davon in diesem Produkt halten. Was halten sie denn von Krombacher? Also meistens habe ich Krombacher eigentlich als Toilettenwasser benutzt, weil es so richtig scheiße geschmeckt hat, dass ich bis zum Bäcker gerannt bin und ihn vergewaltigt habe. Ja, also jedes Mal, wenn ich mal wieder richtig schön kosten will, dann träge ich Krombacher. Nach nur einem Schluck habe ich meine komplette Nude kaputt gekotzt. Du musst jetzt sagen, dass Krombacher mehr recht ist, dass gut schmeckt. Halt die Freunde, du Scheißköder. Geh mal weg von meinem Rasen und bist gebohrt. Krombacher ist richtig scheiße. Das benutze ich als Klowasser. Ja, also ich muss sagen, als ich früher mal immer die Werbung gesehen habe, dachte ich, das muss ich auch mal ausprobieren. Allerdings hat es mir nicht so gut geschmeckt und dann wollte ich es in den Klo schütten. Und dann habe ich gemerkt, dass es richtig gut als Klowasser eignet. Denn mein Klo war sofort sauber. Wie Sie sehen, sind unsere Kunden richtig zufrieden mit dem Produkt. Also kaufen Sie es sich jetzt bei ihm in Regalen, bei jedem Supermarkt. Krombacher, es schmeckt einfach total super. Krombacher, der Dünnschiss der Natur. Krombacher, der Dünnschiss der Natur.